Der Trend geht von dem Deep Dye, von den hellen Spitzen ins Balayage. Das Balayage ist eine Haarfarbtechnik, eine Art Einmalen in die Strähnentechnik, die in die Ansätze mehr nach oben läuft. Man macht ein Glossing hinterher drauf und dieses Glossing kann für Mutigere in eine Pastellrichtung, in ein Rosé, in ein Flieder hineingehen und für die Natürlicheren wird es dann einfach nur ein bisschen abgedämpft, eventuell in einen Karamell hinein oder einen Rotstich. Es gibt in sämtlichen Haarlängen einen Trend. Es gibt für kurze Haare einen Trend, der eher in eine geometrische Form hineingeht. Es gibt für mittellange im Moment der absolute Trend ist der Longbob, der leicht angestuft wird, der sehr natürlich fallen soll, der nicht zu sehr geföhnt. Die Frauen heutzutage wollen, dass es natürlich wirkt und dass es einfach mal geschüttelt werden kann und nicht zu starr ist. Für ganz lange Haare gibt es wirklich diesen Out-of-Bad-Look, ist immer noch genauso in, aber auch diese Haare brauchen eine Stufung, brauchen was in ihrem Haar, dass man sieht, dass es eine Form hat, dass es nicht einfach nur lange Haare sind, die wirrfallen. Bei uns bei MED haben wir mehrere Optionen an Produkten. Die Linie Biostatik ist für uns in erster Linie die Linie, wenn Menschen Probleme mit ihrer Kopfhaut haben, was ja recht häufig vorkommt. Und das sollte eigentlich erst mal gelöst werden, das Kopfhautproblem, bevor man weitergeht, weil manche Ursachen anhand der Haare sind in der Kopfhaut schon. Da ist der Ursprung des Problems des Haars. Dann haben wir die Linie Shumura. Shumura geht mehr in eine natürlichere Produktrichtung. Das ist für unsere Kunden, die den Trend aufgeschnappt haben, dass es eben Naturkosmetik eher in eine Richtung gehen möchten. Spezielle Produkte für den Trend finde ich im Moment, wenn man abends ausgehen will, ist absolutes Volume Powder, egal ob kurze oder lange Haare. Das ist einfach super zum Hochstecken, weil es macht die Haare griffig. Es ist für kurze Haare toll, weil man kann einfach mal einen wilderen Look gestalten innerhalb von wenigen Minuten.